Ist das nicht klasse, was es heutzutage alles gibt? Was denen immer einfällt, aber Hand aufs Herz, würden Sie Ihren Weihnachtsabend so einläuten wollen? Also ich persönlich halte es da mehr mit dem alten Silberglöckchen. Und das erinnert mich dann auch ein Stück an meine Kindheit. Denn ich weiß noch, da war die Wohnzimmertür verschlossen und dahinter ahnten wir Kinder den Weihnachtsbaum mit Kerzen und Lametta und hofften auf Geschenke, die da für uns eingepackt liegen würden. Und irgendwann da klingelte das Silberglöckchen. Ob es die Eltern waren oder das Christkind, das weiß ich nicht. Aber das war dann das Startzeichen dafür, dass es Heiligabend werden konnte für uns Kinder. Die kleine Glocke hat zwei große Schwestern in St. Nikola in Lemko. Seit bald 800 Jahren läuten diese Glocken- und Ladengemeinde sonntags zum Gottesdienst ein. Und das tun sie natürlich auch am Weihnachtsabend. Und es gibt noch etwas Feines in unserer Kirche, ein Glockenspiel. Und das hat einen Spieltisch. Und wenn der Organist es möchte, dann kann er sich da dran setzen und als würde er zu Hause Klavier spielen oder an der Orgelbank sitzen und Orgel spielen, kann er da Lieder drauf begleiten. Glockenlieder, die mir gut tun. Jingle bells. Oder süßer, die Glocken nie klingen. Solche Lieder singe ich auch gerne am Weihnachten. Und so lade ich Sie ein, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern am Heiligen Abend, die Christnacht aus St. Nikola in Lemko. Feiern Sie Weihnachten im ZDF. Gott wird Mensch, darum geht es Weihnachten. In mir bringt das etwas zum Klingen. Als administrators 4 1 2 web